Willkommen zuletzt Prozent hinter die Kulissen Blablabla ihr kennt ja schon ich muss ja nichts mehr erklären wieder mit Painkiller so ist der Mann so wir haben ein bisschen ist schon was verändert worden wenn ihr mal auf die linke Seite schaut da gehen wir direkt erst mal hin und dann besuchen noch mal da ist ja noch was fertig gebaut habe so neu ist das Haus hier links gleich hier das oder die Handbrot so gut gepackt mit unter der Erde durch interessant das kann man kaufen mit fertiger Einrichtung natürlich wenn er sie ändern wenn ihr wollt ihr habt in eurem Haus könnt ihr bauen wie ihr wollt und dann halt noch wissen Aussichtsturm falls ihr mal die Stadt sehen wollt von oben so ich kann ja fliegen da noch mal der Blick und ich höre mich irgendwie abdoppelt grad toll noch immer schon wieder in der Welt kommt ein weil und weil du kürzelt auch nicht gemacht und der es ging doch auch letztens naja egal okay da hat er mich halt ab und zu mal doppelt so ein weiter geht's ganz kürzen Cut weil ich irgendwie grad das fühle hab das in Minecraft bisschen spitt und da ist mir runter geflogen so jetzt geh ich direkt mal zu überhaupt jump und immer noch easy hier aber normal ist jetzt fertig geworden ich schau mal ganz kurz das ab hoffentlich weil ich mit nicht so viel fails wie letztens ich mach mal die Lauf oder unten weg so die Lauf dahin gemacht äh äh ich denke ich glaube ich bist du bei Wabtscham ja und so er hatte ich da ich hab mal hier oben was mit Lava gemacht man ist ein bisschen runter weil ich kann ich habe noch die lange Checkpoint wer von den Zeichen ja das ist immer noch ein bisschen und schon runtergefallen na gut ich meine die Checkpoint das ist jetzt ein Eis Part ist aber eigentlich auch nicht wirklich schwer weil ich sagen Fall direkt runter äh was ist los alter und dann müsst ihr hier auf den Knopf drücken und dass sich für die alles okay weil du irgendwie auf der Tasche Torum hackst was ja ich ich das Torübel laut ähm warte mal ich noch mal ganz kurz einen Cut weiter so weiter geht's ähm uah okay da ich habe gerade den Block her kaputt gemacht haben wir wieder neu hin gesetzt hofft dass das stimmt was mir ist jetzt nichts falsch ist aufgefallen so noch mal Checkpoint im Part von den Sandstein Dingern ja ich würde mal gerne wissen wie wir das dann machen wir in einem Ort und ja das müssen wir noch irgendwie ein Plugin bei mir leckt es gerade irgendwie komischerweise ich weiß nicht warum ich weiß nicht warum bestimmt habe ich irgendwas offen oder irgendein Update läuft gerade so ähhhh so das ist jetzt ein bisschen tricky also ihr müsst immer auf die Druckplatte dann geht das hoch dann auf das dann jetzt ist hier ihr müsst auf die Druckplatte beide gehen hoch ihr müsst auf den Sandstein und dann hoch hier so richtig kacke ja es ist halt schwer ist halt der letzte Teil okay doch nicht ich pack's eigentlich jetzt ziemlich oft vorher bist du auch nie gepackt so wir haben bei schwer das reiß ich wieder ab dass eben wie es richtig bindet mir fällt da gar nichts mehr ich finde es gut mir fällt aber nichts ein so also schwierig ich wüsste nicht was schwierig sein soll hier das ist einfach nur und das ist halt noch irgendwie keine Ahnung ähm hm kann man sich gleich mal um dran setzen und gucken ich bau es dir mal ein bisschen weiter ja ich bin nur den ersten Part von dem was kommt hier hin sehr 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 schwer das hätte ich nämlich ich würde da würde ich gleich mal mit eigentlich anfangen ja ich guck mal ob hat man den Scham wo den muss man schaffen das war's uah und die Playlist läuft grad irgendwie nicht mehr oah Mann was geht denn ab voll der Fail Part grad egal egal ich muss nochmal die Playlist anmachen und die hat mich schon wieder doppelt gehört oder vielleicht hört man sie auch nicht in der Aufnahme naja gut okay bis gleich dann geht's weiter mit gechillter Musik warte mal das muss mal ey warte das gibt doch voll den Trick ja ja genau also packt man's nicht dann müssen die Leute halt erstmal ich hab's nicht gepackt da gehört das Gehirn dazu geht geht auch so du musst du mal hier ab du musst hier abspringen ähm genau hier pass auf komm mal her ja ja finde ich du schaffst ich hab's gepackt ah ich hab's gepackt ja du du musst ganz 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 schwer abspringen ja okay aber das ist doch mal ein bisschen blöd wenn man den Trick hier anwenden kann weil es sehr sehr schwer sollt schon ja dann machen wir das was dann machen wir das nachdem dann macht das noch eins näher dann macht danach in den nächsten Blocks warte sagen wir mal ja ja man sieht genug nachts oh gut 1 2 4 4 nötig bis dann ist es wirklich zu schwer warte ich glaub du brauchst Anlauf ja ich brauche Eis wo ist der Eisblock ähm wow ja das müsste ja nicht hier gehen warte so hab's gepackt okay okay gut ich würde ich jetzt ich würde ich jetzt nicht so machen ich würde ich jetzt ich hätte ich jetzt irgendwie ach so ja genau und nach oben so dass man das dass man eigentlich in einem springen muss weil man es sonst nicht packt oder so aber wir müssen aufpassen dass es nicht mit anderen Bahnen sich verbindet ja das ist immer noch zu boah ne ich ähm ich mach ich war jetzt hier nach oben geht das jetzt hier überhaupt so 1 2 3 boah hm hm ok nochmal boah zack 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 ja das geht ok warte hier ist es noch zu easy die Dinge hm hm sie müssen größere Abstände machen ja ich bin hier gerade auf etwas gucken das Problem ist es verbindet sich hier so mit dem Klaas Teil obwohl nicht auch gut ja ja überweil ich mach doch ich probiere es hier gerade so rum ja es ist möglich wenn du super schwer abstehen kommst dann kann ich dich leicht machen egal ich gehe mal wieder weg hier und da war ein bisschen an der Stadt das zu kehren da so um um wir müssen ja noch was machen jetzt wollen ob ja aber wir brauchen jetzt erst mal ich brauche mal so Spawn-Dinger hier ich will mal so ein Dorfbohrer ins Gefängnis stecken aber erstmal braucht man Timing hallo ich hab's mit den Türen so ähm 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 und da sitzt du da im Gefängnis die arme Sorge ja 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 viel angestellt so ähm 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 ja ich komm dann auch mal weil ich hab grad irgendwie auch keinen Plan aber ich musste mich probieren auch schnell was ich baue jetzt hier ein Brunnen ich baue jetzt hier ein Brunnen so und dann Wasser 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 so äh äh noch mal die Info wer auf den Server will sollte äh natürlich mich äh äh uns erstmal anfragen dass wir das anmachen können und sobald wir aber äh ein 24-7 Server haben ich schreib das alles die Beschreibung die IP und immer damit ihr Bescheid wisst so weil der ist ja noch nicht so öffentlich ja dauert ja noch so 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 BAM 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 Bautisch zwischen Gefängnissen Haus und ich bin da sind der Platz der Lehre das ist für ein Auerfahrt ich bin jetzt aber leider nicht mit aber egal nur noch nix so hier ob das früher gab Symmetrie oder was ein Jahr ich glaube ich glaube so hat sich nicht wieder doppelt ich bin so Symmetrie eigentlich kommt drauf an in LPs mach ich es aber so Sachen wie hier BK ich war jetzt mal auf in der Hütte aber ich mag jetzt selber in der Nähe wirklich Symmetrie Sachen ja warte ich baue hier so Liegestühle in der Wüste ja ja schon schon geil wie baut man die am besten so also ich hab's immer mal irgendwie so irgendwie das ne ne ah genau ich weiß es Treppe genau ich würde doch dann kommt Blatt aus Holz machen weil ich so schaust ab die GmbD müsste nur noch als Wollblöcke geben ja hab ich auch schon gedacht aber es ist ein bisschen komisch warum ich weiß nicht geht dann nicht um oder was machst du mal ich probier mal was Tepic Waukohl also richtiger und ich habe es funktioniert nicht was nur was probieren ja hab ich auch keine geile Idee ja das sieht sich komisch aus kann ich meins abreißen oder brauchst du's jetzt geht leider nicht ja leider wenn das gehen wird das müssen wir unbedingt noch machen es wäre so perfekt ja guter machen es halt so klassisch geht halt nicht besser ein Minecraft achten wie ein Kacke Prozent bei der